Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem braunen Fünftürer Platz. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, Start-Top-Automatik, Regensensor, elektrische Fensterheber und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 125 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Vielen Dank.